Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schlagerfreunde, ich begrüße Sie auf das Herzlichste hier im Kreiskulturhaus Ottendorf-Ukrilla zur Veranstaltung des beliebten Alleinunterhalter-Duos Tegro Owen mit volkstümlichen Hits und Evergreens. So, Band läuft. Sollen wir schon anfangen? Sollen wir schon anfangen? Sollen wir schon anfangen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 harmloser, ach so unpolitischer Schlagerform, die Jugend mit Revanzismus, Landsknechtsromantik und Lebensverachtung überrollen soll. Aber wie gesagt, keine traurige Ausnahme, sondern Bestandteil einer Methode, einer ganzen Lawine, die in harmloser, ach so unpolitischer Schlagerform, die Jugend mit Revanzismus, Landsknechtsromantik und Lebensverachtung überrollen soll. Aber wie gesagt, keine traurige Ausnahme, sondern Bestandteil einer Methode, einer ganzen Lawine, die in harmloser, ach so unpolitischer Schlagerform, die Jugend mit Revanzismus, Landsknechtsromantik und Lebensverachtung überrollen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Förstark und Horizontismus dass ihr das aufresteben könnt, bewerkstellige Am Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017